Indianische Prophezeiung Wenn die Erde krank sein wird und Menschen und Tiere an geheimnisvollen Krankheiten sterben, wird ein Stamm von Menschen kommen, aus allen Kulturen zusammengesetzt, die an Worte und Handlungen glauben, die die Erde wieder in ihre vorherige Schönheit führen werden. Dieser Stamm wird bekannt sein als die Krieger des Regenbogens und die blühenden Frauen. Untertitelung des ZDF, 2020